eine halbe sekunde war das locker alter schede nicht schlecht ein programm wo man schummeln ach so ich bin ja auch da simon ist simon mann bitte nicht haram nichts harames zeichnen das passt ja gar nicht ich dachte das ist geld oder sowas okay also kussi würde das neben leben das ist ja 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 du darfst nicht sagen was du damit war aber pulsa kennt das nicht oh mein gott zu langsam aber du hast es geschrieben ja danach eine sekunde schade ich würde gegen die seite vorgehen hast nichts zu verlieren was ist das denn schon wieder strichmännchen der schuh der gute schuh ist das eine kerze oder ein engel was ist das das wird einfach nur komplizierter boah ricky kenne ich viele wörter mit t enden was könnte das denn sein niemand hat es ich weiß nicht was diese kerze da rechts bedeutet mit den flügel ich glaube das sollen beides leute sein was was ich habe es einfach nur an den wörter an den buchstaben da oben ja aber ich komme nicht so ich habe erst gesagt nichts mit der sache zu tun ach sport kann wir zeigen also man hätte drauf kommen können ich meine augen und treten und so gekommen also ich habe zuerst trost geschrieben da habe ich noch mal trost geschrieben was ist das denn für eine das ist doch kein sport ja aber wenn man sieht dass der fußball ist also ich bin auf trost gekommen also ich weiß nicht ob man das wirklich erkennt das waren keine ja du erkenne ich erkenne hier auch nichts also boah ricky nice yes ja wieso malst du das ding da oben zuerst zu irritieren ich dachte wieder laptop ja das hast du geschafft ja da gibt es mehr da gibt es mehr komm nur zu wenig also die würde ich zurückschicken die haben ja zu viele tasten irgendwie ach du scheiße lieber ja schnell du du ich du Ah, ich hab's, ich hab's. Nein, doch nicht. Das ist auch nicht. Ja, das ist das. Was? Nein! Ach so. Der letzte. Hä, bin ich gar nicht drin? So ein System, ja, ist leider zu lang. Okay. Oh, ich wusste es. Aber ich hab's okay. Hä? Ach, das ist es gar nicht. Das ist nicht der ganz letzte. Ach so, ja. Ist nicht Neptun so ein Wassergott oder sowas? Nein. Oh, Merkur wär so nice gewesen, aber leider war das falsch. Bis das alles schon wieder gekauft wird. So vier Buchstaben haut raus. Jawoll. Jetzt muss man sich wissen, was gesucht wird. Ja, das ist ein falsches vier Buchstaben, ja. Na, jetzt kam der Fall. Ein bisschen falsch verstehen, als würde man jetzt einen Krieg dazwischen machen. Aber ich glaube, so denke auch nur ich. Wer fehlt denn noch? Ricky? Das ist aber ein kurzer Pipimann mit vier Buchstaben. Ja, er hat sich selber ein bisschen zensiert. Hm. Ach du meine Lust. Wie heißen die? Das ist egal, wie die heißt. Das ist egal, wie die heißt. Oh, ey, ich hab randomen Wort reingehauen und es hat mal richtig. Ja, das ist das schwierigste Wort, aber eigentlich das einfachste. Mann, wie heißt das denn? Ich lass euch einfach alleine damit. Ich lass euch einfach alleine damit. Ich mal weiter. Wahrscheinlich das hier, ne? Ja. Es ist eigentlich beides. Also man kann, ne? So, so. Ich wollte erstmal mal überlegen, ob es das Wort überhaupt gibt, was ich schreibe. Der Himmel. Und die ist glücklich. Die ist auch richtig glücklich. Die ist auch richtig glücklich. Hat das überhaupt jemand erraten? Ja. Ähm. Rosenblatt, ja fast, ja. Blütenblatt. Ist eigentlich ne Blüte ohne Blatt, ist schon. Ah, Pulsar dachte auch Kerze. Was ist hier los? Dem geht's aber nicht gesund. Ich dachte kurz erst, äh, ich dachte, oh. Ah. Ach, schade ich. Nein. Das so. Augenentzünder. Das dann. Ach so, das ist so ne, damit kenn ich mich nicht aus. Das war nur Spaß. Ich wollte doch noch ein bisschen... Auch nicht. Bevor die Zeit rum ist. Ach so. Was ist das? Hey, ich weiß es trotzdem nicht. Du musst zwei Pfeile machen, verdammt. So. Nicht schlecht, okay. Verstehe. Ich dachte so kurz eher Hockey und jetzt denk ich an so ein Sombrero, aber ich bin ja schon... Oh, ich bin Platz 3, ich muss es halten. Nein. Oh, Pulsar, Platz 4. Die Beine. Ich bin total los in der Runde. Oh, es fiel ein Nippel. Oh. Fini hat geskrippt. Hm? Dann bin ich dran. Eieiei. Nimm sie mal die schwersten Worte. Hm. Nimm sie mal die schwersten Worte. Hm. Es ist das Butter? Hm. Ähm. Hm? Was? Äh. Mit S? Was ist alles im Machen? Oh. Hätte ich mir noch Zeit lassen können bei den Featuren wahrscheinlich Ich meine der Rechte sieht ein bisschen aus wie ein Alligator Ich dachte, das ist irgendwie so ein Suchbild Links Fehler, rechts nicht Wenigstens ein paar Punkte Mit wie vielen Leuten kann man das Spiel eigentlich zocken? Ich glaube mit Unendlich, ja Hm Schlecht nicht Hm 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 Was ist das denn? Hm 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 Das ist ein großer Schuh oder was soll das sagen? Keine Ahnung Wahnsinn Pulsar ist ich Tret Mann Das ist nicht meine Runde Der Pulsar muss das nur wegen deinem Buchstaben berufen Nein Ich wusste es ja nicht mal mit dem Buchstaben Ja Was ist das? Das ist ein großer Schuh oder was soll das denn? Das ist das Das ist das Das ist das was ich beschäftige mich nicht ich beschäftige mich nicht mit solchen Sachen also weiß ich es nicht wieso hat die vier Augen die Augen sind nirgendwo da oben das ist komplett was anderes ist einfacher zu malen als das unser bester Mann ich liebe die Kreativität du hättest eigentlich zwei darfst du ja gar nicht malen bei dem Wort kann ich das irgendwie melden? danke erstmal downvoten ab nach oben ich glaube Cynical hat gerade die Rolle von Farbe übernommen von was? bester Künstler heute Abend okay der was könnte das sein? mobs könnte in der nächsten Runde dann noch ein Kollege mitmachen der wird dann auch jetzt ja klar ja Marcel, ich hab dir einen Invite geschickt kannst gerne kommen ich war zu langsam ne Faust oder was soll das sein? ja der sucht was ist das denn? hä bin ich zu dumm oder was? wieso wisst ihr das alle? ach so das ist eigentlich quasi das was ich gezeichnet habe auf jeden Fall ich bin zu dumm ja jemand hat's verstanden danke Delix komm hau mal was raus hier schon wieder vier jawohl wow wow da war der König ich beschäftige mich tagtäglich mit dieser Thema da weiß man wer eine geile Kindheit hatte ja bei der Arbeit muss ich jeden Tag drauf treten ne ich anscheinend nicht was ist das denn? hä? ne Junge ich hab diesen ich hab einen Tipp gegeben ach das ist bestimmt irgendwie weiß ich nicht was ist das das ist sehr gut gemalt naja ich weiß ja nicht aber die Regulianen sind ein bisschen keine Ahnung also schwach schwach von euch wieso kriege ich das? jetzt hat's direkt Sinn ergeben als man's dann gesehen hat ja da fehlt die Krone gibt's keine kleineren doch du kannst da diesen du kannst das nach links ziehen da unter dem Stift wie malt man die? ich hab keine Ahnung hä? ja das war das schwerste Wort tut mir leid wow ich hab auch schön die aggressive Farbe rot genommen was ist eigentlich los mit dieser Runde Lux? ich weiß es nicht keine Ahnung keine Fantasie um die Uhrzeit was zur Hölle? man braucht hier ne ganze Menge Fantasie oh bei solchen Sachen bin ich gar nein naja es könnte das hier sein wieso hat alles immer mit nem Sessel zu tun? ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ist das Pac-Man? nein jetzt nicht achso das vielleicht? ne ich dachte wohl zum Therapeuten oder so aber ne das wär's na verdammt ich hab's mal ein bisschen angepasst wobei mein erster Gedanke war ja richtig vielleicht bist du deswegen drauf gekommen wo du gesagt genau du hast es mir per Telepathie gesagt nein hab ich nicht achso das hat eigentlich mit meinem ersten Wort zu tun naja und was hat er da was hat er da an seinem Hinterkopf der Typ? ne 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 Dings Unfall Unfallwunde oder so ne er schickt das wieder zurück wozu hat man jetzt eigentlich dafür Fantasie gebraucht? also ich bin total los in der Runde geb ich zu geb ich zu hab ich mir Platz 2 yo muss Hussi bo aber alle eng beieinander 1, 2 und 3 oha so das werd ich wohl nicht hinbekommen unter Wasserschöpgröte hat das nen Punkteeinfluss ob man jetzt ein leichtes oder schwieriges Wort nimmt? ich glaub nicht ne liegt glaub ich um die Schnelligkeit also wenn's schnell erraten wird kriegst du glaub ich selber mehr Punkte was soll das denn sein? ach verdammt hamer hamer aber spielst du halt einmal so? oh was? ah ich hab's ah ok kann doch nicht wahr sein yes ey ey das ist ne also blöder kann man's nicht meinen also hä doch ich hab's doch nicht ich kenn's nur wegen Mario Party Mario Party ach so ach man ich bin doch dumm ja ich bin doch dumm echt weiß auch nicht oh Hussi bleibt erster verdammt was ach Vorschlaghammer ja auch Vorschlaghammer Spielzeughammer alles heiß als die als die Bosse bei Mario Party kamen äh gab's irgendwo einen Boss der hieß äh großer Vorschlagbruder obwohl es einfach nur ein fetter Hammerbruder war äh jemand ist meine Punkte lange Hussi und der König hat mich wissen ich hab keine Ahnung wie das heißt äh yes okay nachdenken das ist ja klar aber mip 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 ach Mauspad ach man ich denke nicht Englisch das ist das Problem so wie bei iPad zuerst da bleiben Mauspad was würde ich jetzt sagen Mauspad auf Deutsch das ist ein Mauspad auch das ist ein deutsches Wort in dem Sinne also eingedeutscht ne pad ist halt Englisch was wie kann man das jetzt schon haben joa was da schummelt doch jemand da war Mr. Purpourri wir beide wieder was soll das denn sein muss muss Junge bis ich mal das abtippe ja einfach Hussi hat Versorgung ja da gibt es auch wieder 1000 Bezeichnungen da steht aber Asus was denn hier los wow Asus Was ist das Seeanemone Achso Nee Seegurke irgendeine Art von Alien aber na passt ja gar nicht ne Ach tatsächlich oder was Uh ich war schneller Wow Gott Ihr könnt hier so schnell schreiben ey Ich weiß gar nicht mal was das ist Also wenn ich das eratze habe habe ich das vor drei Sekunden gehabt doch ein langes Wort Achso Scheißhäure Wow Ist auch gut gemacht Wie? Ich dachte das ist so ein Wasser so eine Krake oder sowas Ja Hussi kriegst du es auch noch hin oder ihr? Ja Sehr gut Wir haben gleich viele Punkte Oh Platz eins teilen sich zwei Äh 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 Wohl so ergibt dir mehr Mühe Ha Glaubst du ich kriege die Dreierwindstreak hier? Vielleicht Solange ich vorlux bin ist alles gut Was ist das denn? Brossenleiter Unglaublich Achmed Achso Schade Ja Luchs hat sowas schon verbannt aus einem aus einem Gedanken Ja 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 Sowas gibt es für ihn Kenn ich gar nicht mehr Kenn sie gar nicht mehr Was hieß das? Das müsste man eigentlich sechs wissen Das ist ja die typische Form einer Schokolade Aber die Schokolade war auch nicht schlecht So ein paar weiße Teile dabei Ja so gemischt Wäre cool Sollten sie herstellen Ich fand die Stücke zu groß Stimmt Das war Das war doch ein Stück Oh man Ich komm so langsam Lasst euch Zeit, dann bekomme ich mehr Punkte Achso Wieso sagt er, das ist closed Ja, ich dachte auch, warum sagt er, es ist closed Das ist was anderes Oh, gleich darf ich zeigen Ich will jetzt wirklich Punkte bekommen Wow, alles ist closed Oh, das tut weh Oh, ich bin zweiter Das tut sehr weh So Hussi, jetzt kommt es drauf an Ich habe keine Ahnung Ob ich das noch schaffe Ich kann das nicht fein einstellen Damit die Person weniger Punkte Abzug Hölle Hä? Äh Wieso ist alles Ja, vor Hussi Wieso ist alles immer closed? Ich verstehe das nicht Ist ein Hobby von mir Achso, ja, okay, verstehe Hallo, ich mal zu, damit es jeder Er hat keine Hände, verdammt Hast du schon gut gemalt Ich wollte gerade sagen, der Schnorchel ist ein bisschen Das ist ein bisschen kurz, ich weiß, der geht bis oben hin Hätte ich so eine Flasche malen können Hab ich doch Ja, aber es ist einfacher zu erkennen, worum es geht, ne? So ein Schnorchel Ja, klar Hast du eine Flasche? Ich brauche ein Schnorchel, ich bin am Tauchen Oh, ich bin erster Mach die beschissensten Wörter Es gibt wahrscheinlich doch mehr Punkte, wenn man nicht schwierig nimmt Naja, es gibt mehr Punkte, wenn man selber malt wahrscheinlich Je mehr es erraten Mehr Punkte kriegst du auch als Maler Äh, Mops, Möpfe Aber wieso salte man da an den Schwere rein? Die hat auch schon wieder vier Augen, hast du das? Ist das ein Mann, oder was? Achso, ich hab's Nein Ist egal, wenn du erster bist Ja, sehr gut Das Wichtigste ist gezeichnet Mehr kann man dazu nicht sagen Warte, wir machen's Wieder vor Hussi, ja Hä, ja, es ist Was hast du gesagt? Wieder vor Luxi? Nein, wieder vor Hussi Achso Aber der König ist vor mir, das gibt's doch gar nicht Natürlich bin ich vor dir Ich hab einen super Taucher, hab ich gemalt Aber er weiß es noch nicht Pink, ey Wuh, noch gar nicht schnell Was, ist das denn für die Prinzessin? Ist doch keine Prinzessin Ist doch keine Prinzessin Wie gesagt Ja, nicht Elsa halt, ne? Ich dachte Superwoman oder so Ja, die wird er gar nicht Was? Achso Na, ganz einfach Bin ich erster? Oh, das könnte knapp sein Ich bin vor dir Ey, wenn du mir das jetzt geklaut hast Du bist vierter König, du bist vierter Wenn ich das geklaut hab, wieder auf den letzten Drücker Wieder gewonnen Komm schon, das muss reichen Das kann ich Ey, du hast jetzt nicht gewonnen Ey, wenn, wenn, doch das ist Wahnsinn Ja, das könnte gut sein Ne, ich hab auch schnell geraten Du hast nicht über 100 Punkte Unterschied Ist das jetzt die letzte Du bist aber vierter Ich bin erster Ja, Fini müsste als letzter zeichnen, ja Ja, dann, äh Kann der jetzt schon einfach rein, der Kollege? Das ist nicht Das ist nicht Nee, der muss jetzt, äh Dann mit dazu, glaub ich Ja Marcel, dann klick mal auf Codes Mann, weil der geskippt hat, oder was? Da kannst du dich anwenden Auf Pulsar, E-Curbs Dreckig, das bist du Dreier-Win-Streak Wir warten noch, bis er da ist Ja, im Discord ist er schon, ich glaub Der kommt jetzt Kussi ist raus Salty Salty Salty